Musik 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 Also, jetzt kommen wir, also wir sind nicht schon auf dem Weg zu gehen, weil wir sind. Okay. Willkommen Sie herzlich willkommen. Wir haben heute die Maschinen-Komöre-Komöre-Komöre-Komöre-Komöre-Komöre-Komöre-Komöre-Komöre-Komöre-Komöre-Komöre. Und das Wort ist Wiewiorka. Wir sind jetzt auf der weißen Basie, wo es jetzt alles ist. An-N-A. Wir sehen, ob die ganze Gruppe der Barsen-Komöre-Komöre. Die ganze Gruppe der Barsen auf der Barsen-Komöre-Komöre-Komöre-Komöre. Wir sind jetzt wieder an der Barsen-Komöre-Komöre und die kleine Baarne-Komöre-Komöre. Die Gruppe ist auf die erste Basis und die Gruppe zurückgekehrt. Die Gruppe muss nochmals auf einen anderen Computer beitragen werden. An-N-A. An-N-A, okay. Du gestaltest? Das ist ein Führer-Geschwicht? Ja, ein bisschen... ...ochrana auslabschläggen. Spannende die Ausländerung. Auf der rechtsch恩-Schwicht ist ein Quadratowy Schiff. Das ist ein Quadratowy Schiff auf der Phrone Seite. Das ist ein Programm, das hat eine Stres- und Probleme. Das ist ein Runder Schiff, das nicht aktiv ist. Dann ist ein Ovaler Schiff, der versucht sich anzuschalten. Und die genetik werden. Auf der anderen Seite ist ein 8-jähriger Typ. Der ist nicht aktiv. Dann ist noch ein Ovaler Typ. Der ist aktiv. Und er soll halt verursachen, dass er sehr viele Wünsche hat. Und die nicht so schnell verwirklichen kann. Der ist ein Dreieckiger Typ. Und er macht immer wieder so einen Kopfdruck für uns. Der ist aktiv und schwebt die Hände. Das war's am Gehirn. Jetzt die Ohren sind frei. Unter dem Augen liegen zwei Tierchen. Dwa stwory wężowe pod oczami są rozłożone. Die sind jetzt schwebt. Und die Toxyny schwebt die Partie Oczu. Und in der rechten Augenhöhle, in der drinnen ist auch noch ein runder Typ. Das ist nicht aktiv. Der Mund ist frei. Unter dem Augenhöhle ist frei. Unter dem Augenhöhle liegt ein ganz kleines Dreieckiger Typ. Der ist nicht aktiv. Der ist nicht aktiv. Bis vor zu den Fingern ist frei. Na Rücken ist nichts. Herz ist ein dreieckiger Typ. Der schallt sich immer wieder aus und an. Das soll dann halt wirklich so ein ganzes Gefühlswerber verursachen. Der ist nicht aktiv. Der ist nicht aktiv. Lunge ist frei. Leber ist frei. Magen ist frei. Gedärme sind auch frei. Nieren sind frei. Blase ist frei. Gebärmutter ist frei. Auf der linken Oberschenkelschen. Auf der linken Oberschenkelschen. Der ist nicht aktiv. Auf der linken Oberschenkelschen. Der ist nicht aktiv. Bis zum unteren Fußstern ist auch frei. Do stóp zu fahren. Raphael schaut jetzt nochmal drüber. Nehmt die Parts noch ein. Raphael ściągert kompresse z oczu. Und es ist nicht aktiv. Das Portal öffnet sich gerade. Und es geht schon durch. Weil Raphael nichts mehr gefunden hat. Jetzt ist die Parts noch ein. Und diese Person ist teleportiert. Die Person ist in die Pomaernschel-Base. Für die Pomaernschel-Base. Für die Pomaernschel-Base. Ich werde ganz sehr schön gefüllt. Jetzt öffnö ich die Pomaernschel-Base. Sie sind die Speziale-Base. Die Person ist die Speziale-Base. Sie jetzt in die Pomaernschel-Base. Sie sind in die Pomaernschel-Base. Und jetzt ist die Pomaernschel-Base. Die Pomaernschel-Base. Jetzt öffnet sich gerade Pomaernschel. Das Leben rein. Ja, die Pomaernschel-Base. Legitiviert die Pomaernschel-Base. Und die Pomaernschel-Base. Und jetzt ist die Pomaernschel-Base. Das bedeutet, dass die Pomaernschel-Base ist. Zielona i niebieska farben sind in gleichem Temp und zielone sind, die blaue Farben sind in der Atmwege. A niebieska farbe oznacza komórki, wszystko co jest oddechem, układ oddechowy. Żółta farba zaczęła wypływać, oznacza komórki skórne. Die umrisse sind jetzt ein ganz dunkles Grau in zwischenzeit. I już się zamienia ta istota w siwy kolor. Znaczy się, że pukanie idzie intensywne. Dobrze. Okej, so ein helles Grau. Już rozjaśnia się ta postać w tej wodzie. Farby wypływają cały czas. Już się woda tam, jedna mieszanka na zewnątrz się robi, już nie widać jakie kolory wypływają. Już jest cała paleta barw. Oje muszki. Już biało się zamienia ta postać. Bardzo dobrze. Pukanie idzie intensywnie i z programem. Nie ma żadnych zakłóceń. Cieszymy się. Wszystko jest spod obserwacji. I ta energia neutralna, gdzie się znajdują tam właśnie w lewitacji, tam na tym wyższym poziomie, zamienia się w pozytywną. To jest pierwsza oznaka, że pukanie już dobiega do końcówki. Już biała się robi. Za chwilę będzie przezroczysta. Będzie proces zakończony. Pierwszy proces. I już się tam otwiera portal do bazy, do góry, do tej szklanej bazy, gdzie jest stół kryształowy, gdzie jest skando odkrycia komórki macierzystej. I już się robi przezroczysta. Ta istota w tej wodzie turkisowej. I ta grupa już się ustawia. Kółko będą lewitować przez ten portal do góry. Już akurat lewitują tam do góry, do tej następnej bazy. Już zniknęła ta istota z tej wody turkisowej. Znaczy się, że była teleportowana tam na stół kryształowy. Woda już zaczyna schodzić. I podłoga już się zamknęła. I stoją teraz już przy stole. Scan zjeżdża i zaczyna ściągać warstwy, aż będzie odkryta komórka macierzysta czerwona z płynki. Zobaczymy, w jakim miejscu jest ulokowane. Zobaczymy, że jest około 40 lat. Zobaczymy, że zostało ściągnięte. Głóż połowa warstw, ściągnięta. Głęboko stoją. I stop scan. Podjeżdża z tymi warstwami do góry. Die zweite, die ist auf dem rechten Schienbein in der Mitte, also? Na prawej kości, ta kość, wie sie pischelowa, nicht? Ja. 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 Na środku jest tam pod spodem ta komórka macierzysta na prawej nodze. Już szarak stoi podciągnięty przez Rafaela i teraz ramię z igłą wjeżdża do tej macierzystej komórki. Będą pobrane te całe archiwum informacyjne, będą wyciągnięte, odnowione i wciśnięte. Ja. Und zwar die energie, die schon reingestochen, also die energie, wo rein fließt, die ist so ganz viele oranze, töne. No, wszystkie już wciskane jest informacja, we wszystkich odcieniach pomarańczu. Tak wygląda osobista informacja. Komórek jest wciskane cały czas. Jest czas rozmawiać z Rafaelem. Ale nie mam pytań. Cały czas wciskane jest informacja. Nie mamy pytań nie do Rafaela. Jak ludzie nie zadają pytań, nie ma odpowiedzi. A ja idę sprawdzić teraz, czy kamera się dobrze rozwija. Czy jest dobrze nagrywane. Czy inny? A ja idę co ja? Das ist immer noch eine Information. Das ist alles, was passiert. Das ist immer noch eine Information. Das ist immer noch eine Information. Ich glaube, dass die Schmutz gewonnen werden, dass die Reiminierung des Fun снова ist. Ist der Schmutz wird beigetert, dass die Schmutz gewonnen werden. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es, jetzt wird das Kugel! Jetzt kommt wir die Kugel und die Reisigungsformaten. Das ist ein Stück zu beobachten, die Behandlung des Kugel. Die Behandlung dieser Kugel. In der Kugel ist eine wirkliche Ordnung. Jetzt Raphael, den Scheracken, hat sich in den Laboratorium geöffnet. Jetzt kommt der Scan und die Hände in die Hände. Die Scheracken, die sich veröffentlicht wurden, und jetzt geht es schnell und schnell. Die Scheracken ist komplett. Wenn die letzte Scheracken wird, dann wird automatisch eine neue Aurel und neue Planeten. Dann wieder ein Viertel, schon zurück. Jetzt. Jetzt geht es gut. Nachbauen die Farbe. Okay. Jetzt ist noch der Nase. Jetzt ist noch der Nase. Jetzt wird der Nase beendet. 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 Jetzt ist dein Kopf in der Nase. Jetzt ist er. Wir sind zurück. Jetzt wird der Nase beendet. Und dort wird die Ruhe und die Er Popierungen. Die Raum wird in der Nase. Die Planeta-Planetärin ist bereits geschlossen und schadet aus der Stau. Anna ist eine Kopie. Sie sich streckt, sich die Hände zu hoch. Sie sehen, ob alles auf dem Platz ist und funktioniert. Sie sind sehr froh, sehr froh, sehr froh. Sie bedankt sich sehr. Vielen Dank für euch alle, der Portal ist, hier ist die Schlisgawka, das ist die Schlisgawka, das ist zurück zum Körper. Ich bedanke mich noch mal. 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 Die Schlisgawka, die Schlisgawka, die Schlisgawka, die Schlisgawka. Anna, gratulujemy. Jesteś odnowiona i dziękujemy za to. Namaste. Dobrze. Komm, Siri. Ben Braun.